Ein Mann steht am offenen Fenster. Er wird von einer Handykamera gefilmt. Europa, wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der Menschenrechte. Schmetterlinge flattern durch ein grenzenloses Europa. Kinder tanzen Ringelreihen. Ich könnte kosten! Und was ist mit den windigen Bankern? Bezahlt doch selber für eure dummen Fehler! Ihr Jämmerlappen! Und schreit nicht nach dem Staat, wenn ihr mal wieder Aua habt! Ihr seid keine Kapitalisten! Ihr seid Basslappen! Und erzählt uns nichts, was wir uns alles nicht leisten können. Genügend Kita-Plätze, anständige Löhne für Krankenschwestern, ordentliche Mindestrenten. Können wir uns nicht leisten? Das ist Schwachsinn! Was wir uns nicht leisten können, ist jedes Jahr 160 Milliarden in Steuerroasen abwandern zu lassen. Also redet bitte nicht mehr vom Sparen und wie wir Waffen exportieren. Hemmungslos! In Länder, wo die Menschen verhungern! Jedem Diktator seinen Panzer, jedem Schlechter seine Haubitze! Exporte, Profite, Nullgewissen! Und dieses Freihandelsabkommen, TTIP, die wollen uns Gentomaten und Chlorgockel vorsetzen! Könnte kosten! Und die Konzerne, die sollen unsere Staaten verklagen können! Wenn wir Gesetze machen, die ihre Profite verringern! Ihr seid die Ehre! Das Handy wird gedreht, Gregor Gysi blickt in die Kamera. Natürlich hat er recht. Und schon deshalb die Linke wählen, damit sich endlich auch die anderen ärgern. Texteinblendungen. Am 25. Mai die Linke wählen. www.hier-und-in-europa.de www.hier-und-in-europa.de www.hier-und-europa.de